Da sind wir auch wieder bei Let's play Pokemon Robin Waze Waze Pokemon Robin Keine Ahnung Wer das sehen will Dann starten wir mal Wir waren Ja Malwum Frustity Das stimmt nicht Ja Ja Nicht Ich finde das stört nicht so Ja 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 Mir egal Gucken wir sind geil Pff Jetzt mal noch keine Level 16 Okay Jetzt wird es weiterhin problematisch denn Irgendwie ist man noch nicht weiterentwickelt Man macht Naja schade Ob sie es zum Level abreicht Ich glaube ich werde eine Runde für Energie Die Fokus Von Volltriff Nein Nein Ich habe doch noch oben gerückt Das ist meine Tastatur Gut Scheiße Der Stein brennt Mist Das ist Brennwegstein Yeah Komm Nein Immer noch kein Leveler Ja Ja Warum werden die Kleinsteine immer schwächer Ja Pff Er ging natürlich voll drauf Ich setz Energiefokus ein damit ich ihn mehr voll drauf drauf sammle Pff 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 Das ist doch nicht mehr nett Wenn jetzt zwei Minuten für den Kampf verschwindet Pff 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 ich müsste uns eigentlich das level abgeben dass wir irgendwie benötigen um hier wirklich durchzupressen komm sterb einfach danke Danke, lieber Gott, endlich. Für Energiefokus brauche ich nicht mehr. Das Viech entwickelt sich jetzt. Endlich, jetzt habe ich den Grundstein fürs Waste gelegt. Oh, komisch. Musik hat sich irgendwie furchtbar an. Jetzt haben wir unser Jungblut. Yeah. Ja, wenn ich jetzt nein klicken, muss ich jemanden umbringen. Und dann gehen wir gleich weiter mit unserem entwickelten Pokémon. Dann zeig mir, was du drauf wirst. Der erste Räder wird drin. Eigentlich dürftest du nicht. Boah, den müsste ganz ich wirklich flüchten. Double Kick. Bam. Bam. Oh, komm. Oh. Oh, ah ja. Oh, jetzt kommt... Wow, und egal. Setz jetzt einen Kranke ein. In kleinen Stellen hoch zu heilen. Und mit Double Kick wird es trotzdem erledigt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, wow. Fast ein Leveler. Wow. Double Kick. Bam. 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 Ich bin ein bisschen anzuhören. Ich erfelte Trank rein. So, gucken, wie viel sie... Ah, okay, eine Trankrunde dieses Mal. Steinwurf, Bacht, okay. Okay. Ich will, wenn sie keinen Volltreffer macht, es ja alles okay. Ich steil. Jetzt hat es 9 abgezogen. Okay. Verstanden. Jetzt ist das Putten auch erledigt. Level 17. Oh. Oh, in den ersten 7 Minuten Arena geschafft. Gibt's schon ein Steinorten. Und dann steinkt ja. So schnell kann ich jetzt außerhalb eines machen. Sehr schön. Ja, ich weiß, dass die in der Zeit sind. Okay. Die Fans aus dem Weg. Warte. Ich komme. Geh da mit mir. Ja, okay. Er hat eine Ware geklaut. Nein, ich hab ihn wieder angesprochen. Ich weiß, das Platz wird Zeit, aber es ist besser als flüchten. Wir gehen ja noch einigermaßen auf. Wir gehen ja noch einigermaßen auf, wegen Dich wollen wir kämpfen. Denn wir sind ja... Da wird es doch stärker geben. das passt wir werden wahrscheinlich hier noch machen die zweite arena wahrscheinlich nicht ich wollen bekämpfen nein doppel kick dead dead tot das müsste jetzt auch ein level up geben level up d da ja ja ist ja klar, aber es glaube einfach weiter los ein kleinstein uuh BATS und der Stein ist zerbröselt wir haben ihn mit einem kick tausende von Kleinstein gemacht vielleicht wenn habt ihr den schlechten jetzt zwar spannten ja ja der war schlecht naja wir möchten nicht sogar das passt jetzt nicht gelingen ich glaube es zumindest ich weiß es nicht double kick ich habe hier schon einen auf meiner Fails Skala ich werde so am Ende einblenden wie viel Fails ich im kompletten Display gemacht habe ja wir wollen mal reden ja bla 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 er hat einen Pico verloren was ist das denn für ein Pokémon nein wir wollen uns erst den Ball holen ein du einen er Trump braucht sie auswählen er aus der 56 im genutige im bestens falls in tausend drüchten ich glaube ich die Info und Hitschiff komm jetzt hey du folgst du mich raus nein ich fordere dich heraus dich genau dich Junglu naaa okay geht natürlich auch zweimal kratzt so und jetzt den Vortrag den ich vorher hätte oh bald noch ein Level Up super komm schon mach hin flieh einfach flieh geh hau ab haust du wohl ab ah warum sollte man den noch halten den Dieb da 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 müssen wir uns nicht zurücklaufen da 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 und schweigen der 8 da 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 nein wir gehen unten jetzt ist mir das Kunde gekostet du riechst auf Schwabine bis dann lass das ich das ich brauche danke ein Volltreffer und danke für selber sehr perfekt sie sind ach super ein Beleber speichend wirklich Geld ja komm schon lass mich zurück doch keine Superbelle fehlen einfach zu Zeiten auch genommen nicht noch in dieser Aufnahme schaffen ja ja ich bin immer mit den Bildern ja 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 ich hab's ja ja ich hab die Fahne ja 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 Ja, der hat den Bock nach Navigation durch die Hühle. Sie müssen noch mal später gehen, auch später gehen wir hier noch mal hin. Ja, das stimmt doch. Wie gehe ich etwa? Nein, 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 das ist nicht wahr. Ach, Mist. Danke, dass du zu schnell da lernen kannst, Zitze. Los, zerschnallt den Bosch. Hm. Dann wird die gar nicht mal zum, ach, X-Defahren, Verkaufs-Hitem, Böhe. Das sind die schlimmsten. Ich will scheiße auf die Items. Dort. Ich will nur schnell weiter, ich muss ein bisschen Zeit reinholen. Über die Zeit reinholen, wie es geht. Los. Mach schon. Ich bin gut nach Faustohafen. Scheiße, dass wir das Schiff noch einmal nehmen müssen. Gut, 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 gut. Das erste und das letzte Mal, dass wir gut gut 15 werden. Gut gut 106. Wie sollen wir halten? Ja, ich hab kein Glück, man das speziell lernen kann. Hm, doof. Hier werden wir alle Trainer platt machen, hier ist einer. Ja, wir fallen dich hier raus, yeah. Boah. Zügere, da nehme ich wieder lange nicht raus. Mach, 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 mach. Oh, Geduld kann nicht schmerzhaft werden, hier geht's nicht töten. Okay. Ist tot. No. Okay. So geht's. Immer noch hier rein. Du, 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 du hast auch nur ein Punkt, das kein Scanner wirchen kann. Und ich reif mit Schnappeln, ah, 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 ah. Zuhause... Ich nehm, ich nehm. Noch hier eine Fraterie... kümmer dieses weiche noch das 3 schnau schützt sich selbst Schnabelbass Oh, fast wieder ein BDT Schnabelbass Ja BASS Level 20 Gn Komm, Junge, du, mach weiter, One-Ets Sind wir alle zufrieden Der Netz No Natürlich muss ich mich jetzt noch ganz zum Ende täuschen Kannst du nur Na, 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 na Jetzt machen wir den Arenaleiter noch schnell Wenn wir das auch noch von denen gerade reichen Zwei Arenaleiter, yeah Ja Gut, wir sind fast auf Levelniveau Witz, das ist schlecht Wohlwiff zieht 17 ab Dann kann ich noch einmal Schnabelbass dazu Ja Wie das ist aber lieber mein Problem tauschen will Zip, zip, zip Nein, ja, jetzt noch mal zurücktauschen, damit sie es zum Teil von Funk kommt, klar So sehe ich auch aus Ja, fang Dann muss ich reichen, komm Krass mich, du BASS Sehr effektiv Autsch Das finde ich bei Fugman nicht wie doof Man hat da nur ein Fugman übrig Aber welches willst du wählen? Schnabel BASS Oh Trotz da kann eine gefährliche Attacke werden Schnabel BASS Was Autsch Autsch Wie kann er es wagen, unsere Genauigkeit zu senken? Nochmal Schnabel Armstiftift denke ich nicht Viel Abziehen Hau War Ein Film Die 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 heilen das sieht ja so oft nein schnappel 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 nein, jungen du wirst kein Sand ach schnappel schnappel ja jetzt kann ich bis 30 und kann von Blitz aus dem Kampf einsetzen ich habe nur keinen Punkt, dass Faun Witz erlernen kann, glaube ich zumindest ich glaube nicht, dass, ähm, Zickzack Witz erlernen kann da er eh alles anspinkt, erledigen muss, kann ich auch, ähm, den Part etwas verlängern und noch zum Puppenzentrum rein Äh, das wird verletzt, gründen dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gut bewerten, gut kommentieren bis dahin Tschüss